In ganz neuem Glanz erstrahlt in diesem Jahr der Himmel der Bayern auf dem Oktoberfest. Gemeinsam statten die Löwen dem Hackerzelt ihren traditionellen Besuch ab. Auf der Wiesn ist das schon schön, war ich jetzt schon mehrere Male hier und habe schon einige Bereiche überall kennengelernt und ich finde das ganz angenehm. Zusammen mit seinen Partnern und einer Masradler stößt der Verein auf die 183. Wiesn an. Ich bin ja das erste Mal hier, habe natürlich auch immer gesehen und gehört, dass man hier mal so einen offiziellen Wiesn-Termin hat. Es ist schon eine sehr tolle Stimmung hier. Wir sind auch sehr herzlich draußen schon empfangen worden. Das Wetter spielt natürlich auch eine gute Rolle heute. Den Kopf ein wenig frei bekommen nach dem letzten Spiel. Ein bisschen enttäuscht, sehr viel enttäuscht von dem letzten Spiel. Das letzte Ergebnis war nicht so optimal und das ist auch nicht schlecht, dass wir jetzt gemeinsam mit der ganzen Mannschaft, mit dem ganzen Verein zusammen was anders machen und anders denken und wieder auf erfolgreiche Spur gehen. Das ist auch nicht schön, wie wir jetzt sind. Das ist auch nicht so optimal und das ist auch nicht wichtig, dass wir jetzt können. sondern wir werden so bewusst, dass wir jetzt schon massivieren und das sind.